So Leute, heute in diesem Video soll es mal um Fortbeut Nummer 37 gehen, wo sich das ganz genau befindet, werde ich euch ganz genau jetzt zeigen. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Like da und ein Abo da, falls ihr neu seid, würde mich mega mega freuen. Und ihr müsst auf jeden Fall zu diesem Haus hierher kommen, das befindet sich im Pleasant Park und dann geht ihr einfach hier unten drunter rein, zack. Und ganz unten im Keller hier wird sich dann das Fortbeut Nummer 37 befinden, einfach hier durch, zack. Dann nochmal die Wand hier kaputt machen. Und ganz genau hier drinnen wird dann das Fortbeut spawnen. Ich markiere euch das Ganze nochmal hier kurz auf der Karte, wo sich das Haus ganz genau befindet. Ganz genau dieses kleine Haus hier. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal Leute. Ciao.